Die sicher angebotene Einzimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich in Münster. Das im Jahr 1974 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 47 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 687 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.